Was tun, wenn man von einem Samurai angegriffen wird, mit ihm gemütlich ein Glas Milch schlürfen und eine Folge Naruto klotzen? Lieber Sake oder einen guten Pflaumewein. Pflaumewein, ein warmer Pflaumewein ist echt lecker. Keine Ahnung. Trinke ich auch sehr gern. Um die Stadt des Kaisers zu erreichen, mussten die Wikinger jetzt Mühre durchqueren. Hier würde schiere Kraft nicht ausreichen. Können und Wissen wurden für die sichere Durchquerung benötigt. Die Walküre des Kriegsblutklans Runa wurde entsandt, um einen Weg zu finden. Aufklärung. Runa, eine ungestüme Walküre der Wikinger, muss sich auf der Suche nach Landkarten der Samurai durch das Land Mühre kämpfen. Boah ja, in wahren Pflaumewein könnte man mich einlegen und ich würde glücklich ersaufen. Die Walküren, Kriegerinnen, die einen Pakt mit den Göttern eingegangen waren. Jede kann Ruhm für unsere Toten erringen. Sie können den Verdienstvollen einen Platz im Valhalla sichern. Aber sie entscheiden selbst, für wen sie kämpfen. Sie sind eins mit Schwer und Schäden. Schwer werden zu erinnern. Und vielleicht die einzige Hoffnung auf Erlösung. Oh yeah. Was waren wir Pflaumenwein? Kopfzeug ist ja wie Asia. Was? Steve. Alter, gut, Steve. Komplett random wieder. So, Runa kann den Abstieg des Kriegsblutclans nicht mehr mit ansehen. Sie wird alles in ihrer Macht Stehende tun, damit er wieder zu Ruhm und Ehre kommt. Auf geht's. Das fand ich wieder cool an den Wikingern und auch Kelten, deren Frauen waren schon was Besonderes. Das stimmt, die waren auch nicht so... Ähm... Ja, nicht zu unterschätzen, ne? Ich erkläre das lieber nie. Besser ist die. Besser ist. Möhre, ein passender Name für diesen schrecklichen Ort. Man schickte mich, um einen Weg zu finden. Suchen wir für den Anfang einen Außenposten, ein Lager oder sonst irgendwas. Oh yeah. Oh, hallo. Ich weiß nicht, ich kann nicht gegen zwei kämpfen. Irgendwie bin ich da zu blöd. Da wird sicher einen einfachen Weg geben, aber... Ja. 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 Ah. Ja. Ja. die konnten halt auch krieg Oh, 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 hey. Kann mich direkt zua... Was soll ich gesagt? Ja. Oh, schau, aber die sind dann immer irgendwie ein bisschen betreibt. Oh, die ist ganz cool, die Walküre eigentlich. Die haut ordentlich rein. So, die konnten halt auch Kriegerinnen oder so werden und schon allein diese Sache mit den Walküren ist so abartig cool gewesen. Das gab es dann, nachdem die Römer alles eingenommen haben, bis auf das Dorf von Asterix und Obelix leider nicht mehr. Das gute Gallien. Vielversprechend. So, ich muss Bubu machen. Tschüssi, Leutchen. Alles klar, Robson. Mach's gut. Gute Nacht. Schlaf gut. Robson ist so vorbildlich. Ja, wie spät haben wir es denn? Ah, okay. Ah, bald ist es auch wirklich wirklich Schlafenszeit. Also, je nachdem. Wann man immer früh auf muss, gell? Also auch für mich. was. Ah, nein, 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 nein. Jetzt wissen sie Bescheid. Mach's gut Robson, tschü tschü. Attacker! Wir hatten einen unserer Kundschafter gefangen. Geduld, Kriegsblut. Ich befreie dich. Die Valkyren sind echt stark hier in dem Spiel, finde ich. Okay, die haben... Heftig. Mach richtig Spaß mit der... Die meisten Frauen bei den Wikinger waren Bäuerinnen, Wirtinnen, Krankenschwester etc. pp. Die, ja gut, wenn die... Ich meine... Ich meine, dass es nicht so viele Krieger gab wie Männer. Das war eh klar. Die Überwachung und Verteidigung von Müre obliegt den vielen Häusern der Daimyo. Ihre Verteidigung ist unterschiedlich stark. Aber keinem der Kämpfer mangelt es an Können. Aber sie waren geschätzt. Dafür haben die Wikinger halt die Frauen der Feinde vergewaltigt. Ich gehe ein bisschen über den Stall und haut euch rein, Jungs und Mädels. Alles klar, Nienna. Macht's gut. Viel Spaß, gell? Tschu tschu. Es gab Betrieb an den Docks im Norden. Es riecht nach verfaultem Fisch. Da muss man aufpassen. Die schießen schon wieder. Ups, das ist mein eigener. Was? Wuh. Chut. Chut. Wuh. Bist. So, keine Ausdauer. Ich frage mich, wo es zu den Dubs geht. Ich kann nicht ausschweichen, warum nicht? Oh, 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 der macht viel Schaden, oh, je, je, jawohl, mein Kumpel, der regelt das für mich. Ich muss zu den Dubs. Vielleicht weiß einer von denen, wie man zur Stadt kommt. Das probieren wir gleich aus, ja. Tark. Tark. Verdammtes Drecksland. Verdammtes Drecks. 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 Das war ja klar. Das war irgendwie klar. Ich Idiot, weißt du noch, als ich dir sagte, du brauchst zwei Brückenköpfe, hab denselben Fehler gemacht. Sehr schön, Katobi. Aber siehst du, das ist gleich eine ganz andere Perspektive, wenn man selbst spielt. Als Zuschauer sieht man viel mehr, glaube ich. Ich glaube, wenn man selbst ein Spiel spielt, sieht man weniger, als wenn man zuschaut. Du achtest halt auch viel mehr auf andere Dinge und so. Als Spieler hast du eher so das Potenzial, dass du einen Tunnelblick bekommst, weißt? Und vieles nicht siehst. Ich hoffe, die haben eine Karte da oben. Aber ist ja nicht so tragisch, kann ja passieren. Konomi. Oh! Oh! ausdauer die wahl küre ist also ich habe schon gesagt aber wo ich hätte sie runterstoßen können stimmt hat ja dann angenehmen spielstil der einsame kundschafter der dieses kloster fand muss sich gewundert haben was die leiche eines schwarzen feldsritters so tief im feindesland zu suchen hatte er würde es bald herausfinden hallo freunde ja 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich meine, ich kann in die Optionen nachschauen, wie die funktionieren, aber es klappt halt nicht immer. Ja, 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 ja. Oh, das ist ja. Oh, 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 oh. Ja, 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 ja. Oh, oh, oh. Oh, this is chilly. Wie schnell der ist, der ist schneller als sie. Nein, 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 nein. Ich muss bloß nach ganz oben, glaube ich. Das ist richtig riesig. Das ist richtig riesig. Ich muss mich beeilen. Das gibt's nicht. Ich treffe gar nichts. Oh, 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 oh. Ja, jetzt bin ich tot. Oh, doch nicht. Boah, der Typ ist richtig heftig. Aber jedes Mal als Gegner. Nein, 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 nein. Warum tust du das, Tommy? Ich will nicht zu viel aufsehen, Herr Rett. Ja. 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 Woher kommen denn die denn alle hier? Ja. 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 Auf die 170 komme ich heute vielleicht noch. Oh, 165 Schnitzel schon. Fini. Du hast aber wieder einiges gut gemacht. Du. Ein Kondomi. Da gibt er dir die 5. Ist auch nicht nett. Gut, gar kein Kondomi. Warum sind da so viele von denen? Oh, fuck. Ich werde sterben. Oh, 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 oh. So schnell hoch. Genug erkundet. Ja. Die Hose. Servus. Oh, PlayStation 4. Ja. Au sec. Oh. Oh ja, der Kondomien will immer seine Schnitzel loswerden. Der, ähm... Oh, da ist noch so ein großer. Oh, 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 oh. Ja, fall runter. Komm. Ich hab keine, keine Ausdauer. Oh, shit. Hinter mir auch noch einer. War das nicht gut. Genau, noch so einer. Danke, dass viele lügen. Was? Wer lügt? Ich brauche mehr Platz gegen den. Und ich brauche einen Nicht du, alles gut. Achso, wer lügt denn? Das interessiert mich aber jetzt schon. Also, falls du es erzählen möchtest. Ach, komm, da kommen immer wieder diese kleinen. Ich lüge und zwar ständig. Die Fini. Oh nein, warum sind da so viele? Oh, 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 oh. Oh, rip, rip. Oh, hab schon eine Nase wie Pinocchio. Oh. Ich habe eine Idee. Yes! Ha, hat geklappt. Oh shit, warum... Wo war der auf einmal? Wo war der? So, jetzt schnell hoch. Wie war das? Lügen machen kurze Beine und große Nasen. Ich habe eine große Nase und bin nur 61 groß. Das sagt alles. Die Fini. Muss ich mich jetzt auch erklären? Ja, das stimmt. Du bist ja auch kein Riese. Und zack. So, jetzt. Ah, schön. Jetzt können sie auf einmal. Ja, ich brauche. Sehr schön. Was ist das? Oh, 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 ich will sie noch mal runterstoßen. Ja, nice. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ich habe keine Ausdauung, ich habe gar nichts. Boah, auf der Stufe da zu kämpfen, das ist... Ja, fliehe, ich fliehe, ich fliehe. Am besten hier runter. Oh, warum ist das verschwert hier? Ah, ist die Hose noch da? Ah, na, der ist schon wieder weg. Hat mich echt jetzt... Also ich hätte mich jetzt echt interessiert, was er gemeint hat. Also ich nehme mal an, dass andere Leute ihn anlügen. Aber ich würde da irgendwie keinen Sinn drin sehen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oder vielleicht finde ich einfach nur komisch und verstehe die Leute nicht. Das kann auch sein. Oh, 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 oh. Es waren zu viele. Es waren wirklich zu viele. Besser du rennst. Besser du rennst. Valkyrie, lauf um dein Leben. Ich hatte, was wir brauchten. Einen Weg durch Möhre. Die Stadt wäre unsere. Sehr gut. Los, Kondomi, Beichte. Ich sage einfach mal, same. Okay, paar Zentimeter drauf, aber sonst. Das heißt nur, dass du weniger lügst als ich. Aber echt eine große Nase. Habe ich von meinem Vater bekommen? Die hätte er sich ruhig behalten können. Mein Opa hatte auch eine witzige Nase. Der hat so eine. Aber man sagt ja, Nasen und Ohren wachsen ja das Leben lang, oder? Oder waren das nur die Ohren? Wobei, mit der Nase, dann hätte ja jeder irgendwie ab einem gewissen Jahr einen Zinken. Aber mein Opa hatte eine witzige Nase. Das war so eine längliche, spitze Nase. Die Nase nicht, nur die Ohren. Ja, ja, okay. Okay, ist so. So eine lange Hexennase einfach. Na, war nicht. Es. Na, war nicht so eine Hexennase. Schwer, schwer zu erklären, ohne dass man es nicht selbst sieht. Also es war nicht so eine. Es war. Keine Ahnung, was passiert hier eigentlich jetzt? Was ist passiert? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Hä? Leute, was ist jetzt gerade passiert? Ich habe jetzt nicht aufgefallen, was ich gerade gemacht habe. Oh, es ist schön hier. Es ist schön hier. Also ich sehe nichts. Was ist das? Was passiert hier? Hä? Ja, kannst du knicken, oder? Komplett dunkler. Es ist schön hier. Was soll das? Ich glaube, ich glaube, das ist ein Bug. Also das kann nur ein Bug sein. Warte, wie komme ich hier raus? Hä? Also, das ist sehr komisch. Wie komme ich hier raus aus dem Spiel? Wie komme ich hier raus? Das ist interessant. Das ist... Ja. Ich glaube, wir müssen das Spiel schließen. Ja, machen wir das einfach mal. Gut. Na ja. Erlösung bringt nur der Tod. Es wird sicher irgendwas geben haben, aber ich habe es jetzt nicht gesehen, dass ich irgendwie das Spiel neu starten kann oder so. Aber gut. Wie dem auch sei. Alles geht vorbei. Tudu, 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 tudu. okay währenddessen es lädt mich kurz aufk ich komme gleich wieder